Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Zum Jahresausklang habe ich mir was einfallen lassen. Ich würde gerne mit euch und gegen euch eine Schachpartie spielen, nach dem Motto TBG vs. seine Community. Wie soll das Ganze ablaufen? Angedacht ist, dass ich jeden Abend um 18 Uhr ein Video veröffentliche, wo ich einen Zug ausführe. Dann habt ihr Zeit, bis um 12 Uhr am nächsten Tag einen Antwortzug in den Kommentaren zu posten. Der Kommentar oder der Zug, der am häufigsten genannt wird von euch, ist natürlich dann der Antwortzug gegen mich. Ich werde dann wieder, dann habe ich wieder sechs Stunden Zeit, um eine Antwort zu finden und so weiter und so weiter. Die Partie wird natürlich, wenn es normal läuft, locker weit über einen Monat hinaus in das neue Jahr laufen, denke ich mal. Und es gibt noch ein bisschen was zu beachten bei der Notation, bei eurem Kommentar. Allerdings werde ich immer wieder darauf hinweisen in den folgenden Videos, oder es ist da nichts durcheinander gerät. Es reicht, wenn ihr das Zielfeld nennt. Bei einem Bauanzug wäre das zum Beispiel, ich beginne die Partie mit E4, dann würde ich E4 in Notation schreiben. Sagen wir mal, ihr antwortet jetzt mit C5, dann reicht es, wenn ihr in das Kommentarfeld C5 schreibt. Das ist dann der Zug, den ihr abgibt. Wenn Figuren ziehen, dann müsst ihr mit einem Großbuchstaben die Figur benennen. Bei einem Springer wäre das Springer, S, und dann das Zielfeld, zum Beispiel S, F6. Springer, F6 wäre das hier. Wie gesagt, das gilt natürlich für die anderen Figuren. L für Läufer, T für Turm, D für Dame. Was haben wir noch? Sonst nichts. Es ist nicht besonders schwierig. Es ist wichtig, darauf zu achten, weil es vereinfacht die Bearbeitung der Antworten. Wenn es zu viele Antworten wären und wenn zu viele unterschiedliche Schreibweisen genommen wären, dann werden wir natürlich Probleme bekommen, das Ganze auszuwerten. Wie gesagt, ich werde aber noch immer wieder darauf hinweisen. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Und vielleicht lasse ich mir noch ein paar Sachen einfallen im Laufe der Partie, im Laufe des Monats. Je nachdem, vielleicht ist jemand dabei, der ständig kommentiert und viele Züge macht, viele gute Antworten gibt. Ich schaue mal. Und mit diesem Video beginne ich auch die Partie und ich starte mit ganz, ganz überraschend mit E4. Das ist der Zug, den ich immer spiele, mit weiß. E2, E4. Ihr habt jetzt Zeit, bis morgen um 12 Uhr einen Kommentar zu posten, eure Antwort in einem Kommentar zu posten. Dann werten wir das aus und dann 6 Stunden später, morgen Abend werde ich wieder um 18 Uhr dann meine Antwort geben und so weiter und so weiter. Für Weihnachten habe ich mir aber noch eine schöne Aktion einfallen lassen und zwar verteile ich einen Gutscheincode für meinen Merch-Shop und zwar auf C-Shirt. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. C-Shirt.de Shop The Big Greek. Könnt ihr auch einfach googeln. C-Shirt The Big Greek. Ich habe zwei Shops. Auf Spreadshirt habe ich auch noch einen, aber auf C-Shirt ist eigentlich der, den ich so bevorzuge. Und zwar ein 4 Euro Gutscheincode bis Ende des Jahres. Den könnt ihr einlosen in meinem Shop hier. Da gibt es T-Shirts, Hoodies, Tassen in verschiedenen Variationen, verschiedenen Farben, verschiedene Designs. Ich finde, der Shop ist sehr, sehr gelungen und wie gesagt, hier biete ich einfach einen 4 Euro Gutschein. Den könnt ihr einlösen bis Ende des Jahres. Habt ihr Zeit? Ja, das war es von meiner Seite erstmal und ich hoffe, es werden viele mitmachen bei dieser Partie TBG versus die Community. Ja, ich habe E4 geantwortet. Ich beginne die Partie mit E4 und bin gespannt, wie ihr antworten werdet. Wir sehen uns. Macht's gut.